Hallo zusammen, Fraxtell, das ist eine neue Blockchain von Fraxtell Finance, die ihre User mit kontinuierlichen Airdrops belohnen will, immer wenn sie die Blockchain verwenden und das gilt nicht nur für die User, sondern auch für Projekte, die auf Fraxtell laufen. Auch die bekommen kontinuierlich Rewards, je beliebter die Projekte sind und desto mehr Rewards gibt es dann eben und die werden sehr, sehr wahrscheinlich ihre Rewards nicht selber behalten, sondern ebenfalls an die User ausschütten, zumindest denke ich das und wieso ich das glaube, das erzähle ich später noch in diesem Video. So, Fraxtell ist also quasi eine doppelte Airdrop Gelegenheit und eigentlich stimmt das auch nicht so ganz, weil obendrauf kommt noch ein dritter Airdrop für diejenigen, die Fraxtell bis zum 6. März gestaked haben. Und in diesem Video zeige ich nicht nur, wie man an diesem Airdrop teilnehmen kann, sondern ich erkläre auch ganz kurz, worum es bei Fraxtell geht. Es ist nämlich nicht irgendeine von den Dutzenden Blockchains, die aktuell quasi wie Pilze aus dem Boden sprießen, sondern Fraxtell hat gute Chancen, sich ganz weit oben zu etablieren, sagen wir mal so im Bereich von Arbitrum oder Optimism oder ähnlichen Blockchains. Fraxt Finance selber ist ja auch kein Unbekannter, also immerhin ist Fraxt ja ein absoluter Crypto-Blue-Chip und eines der ganz wenigen Projekte im gesamten Crypto-Space, die wirklich auch nachhaltige Gewinne erwirtschaften. Und davon hat man tatsächlich in den letzten Monaten echt ziemlich wenig gemerkt, weil die Token-Preis-Performance eigentlich dafür noch ziemlich müde war und Rewards gab es auch eigentlich fast gar keine für Staking. Die APY lag jetzt immer so bei irgendwie unter einem Prozent und genau das ändert sich gerade und in diesem Video spreche ich auch mal darüber, warum sich das eigentlich ändert und warum ich glaube, dass der Token zurzeit extrem unterbewertet ist. Also ganz kurz, was kann die Blockchain eigentlich? Und das ist jetzt alles so ein bisschen technisch und eigentlich interessiert es auch nur am Rande, deshalb mache ich es auch ganz kurz. Aber ein paar Sachen, die muss man jetzt tatsächlich schon wissen, wenn man da mitmachen will und ein paar andere Sachen, die braucht man dann erst zu wissen, wenn die Blockchain richtig läuft. Also die Blockchain, die ist aktuell tatsächlich schon live, kann aber nur von den Entwicklern verwendet werden und normale User, die können die Blockchain erst in ein paar Wochen ausprobieren. Es gibt auch noch keine richtige Doku und ähnliche Sachen auf der Frax-Website findet man eigentlich nichts über Fraxtell. Die Doku ist wirklich noch richtig gut versteckt. Ich habe sie aber gefunden und ich packe den Link unten in die Videobeschreibung extra für euch, dann könnt ihr euch vor allen anderen schlau machen. Also ein paar Eckpunkte aus der Doku. Fraxtell ist eine Layer 2 Blockchain für Ethereum und das heißt, man kann also ganz normal Metamask oder Rebi als Wallet verwenden. Und Fraxtell basiert quasi auf dem OP-Stack, also auf der Technik, auf der auch Optimism basiert. Das heißt jetzt also im Klartext ganz simpel gesagt schnelle und billige Transaktionen. Der Gas-Token, also der Token, mit dem man seine Transaktionen bezahlt, das wird der Frax-Eth. Und das ist ein Token von Frax-Finance, der quasi 1 zu 1 an den Ether gekoppelt ist. Und wenn man also Ether zu Fraxtell rüberbritscht, dann wird das automatisch in Frax-Eth umgewandelt. Man hat also tatsächlich einfach kein Problem, an den Gas-Token ranzukommen. Darum muss man sich also eigentlich gar nicht selber kümmern. Das passiert automatisch. Sehr schön, aber auch vielleicht ein bisschen technisch ist, dass sie ein eigenes DA-Layer mitbringen. Und dass es daher möglich sein wird, quasi auch andere Ökosysteme anzubinden, wie zum Beispiel Solana oder auch die Cosmos-Blockchains. Und das heißt, man wird Frax-Assets, wie zum Beispiel den Stablecoin auf Solana oder auch anderswo verwenden können, ohne dass man dafür eine dritte Partei als Bridge braucht. Und was ich da jetzt so ein bisschen schade finde, ist, dass sie wieder eine eigene DA-Lösung entwickelt haben. Man hätte ja auch auf Celestia an der Stelle setzen können. Das wäre sicherlich schön für alle gewesen. Jedenfalls fände ich das besser, als wenn man jetzt hier wieder so sein eigenes Süppchen kocht. Ja, und die Idee hinter der Frax-Send-Blockchain, die war ursprünglich, dass man bei Frax so viele eigene Produkte hat. Also wie zum Beispiel den Stablecoin oder eine Liquid-Staking-Lösung, ein Exchange, eine Landing-Plattform und vieles andere. Dass man also dadurch so viele eigene interne Transaktionen hat, dass sich schon allein dafür eine eigene Blockchain lohnen würde, nur um die ganzen Gasgebühren zu sparen. Aber das ist natürlich jetzt alles irgendwie schön und gut, aber die Frage ist jetzt, was habe ich davon? Also was interessiert mich, dass die Gasgebühren sparen? Und warum sollte jetzt ausgerechnet ich diese Blockchain verwenden und nicht irgendeine andere Blockchain? Und da kommt dann tatsächlich Phlox ins Spiel. Und Phlox, das ist so eine Art Incentive-Programm auf Frax-Send, das User dafür mit Punkten belohnt, wenn sie dann auf Frax-Send aktiv sind. Und nicht nur das, auch die beliebtesten Projekte, die werden Punkte sammeln und möglicherweise dann auch wiederum ausschütten an die User. Und ich kann mir tatsächlich also kaum vorstellen, dass es im Interesse der Projekte ist, die Tokens einfach für sich zu behalten. Weil in der Regel haben die ja auch eine eigene Wertschöpfung am Laufen. Und die Punkte könnte man also tatsächlich viel besser als Werbung einsetzen, um im eigenen Kerngeschäft mehr Umsatz zu machen. Jedenfalls diese Punkte, die können dann später eingetauscht werden in richtige Tokens. Und aktuell ist noch unklar, ob das dann ein eigener Frax-Send-Token sein wird und woher der eigentlich seinen Wert bekommt. Oder ob das sogar dann Frax-Shares werden. Also Frax-Shares, das wäre natürlich super schön. Und warum das so ist, das erkläre ich dann auch gleich noch. Aber erstmal nochmal ganz kurz zurück zu Frax-Send. Also über Frax-Send ist aktuell also noch nicht wirklich viel öffentlich. Und die Doku habe ich ja, wie gesagt, auch unten in die Videobeschreibung gepackt. Da könnt ihr dann selber mal reinschauen. Und außerdem habe ich noch einige YouTube-Videos verlinkt, bei denen es also um Frax geht und wo das alles dann nochmal ausführlicher erklärt wird. Weil es gibt tatsächlich sonst außer YouTube-Videos fast gar nichts dazu. Aber es gibt einige YouTube-Videos, wo die Frax-Entwickler und der Frax-Gründer über diese Blockchain spricht. Und das ist quasi also Alpha aus allererster Hand. Das kann ich also empfehlen, da mal reinzuschauen. Ich habe euch das alles da quasi unten mal reingepackt in die Videobeschreibung. Und wo wir schon beim Frax-Shares-Token sind, also FXS, bekannt ist schon, dass es einen ersten Airdrop von Frax-Send-Punkten geben wird in ein paar Wochen. Für diejenigen, die Frax-Shares am 6. März gestaked haben werden. Und lasst euch da jetzt mal nicht von der aktuellen Staking-APR täuschen. Die liegt so unter einem Prozent. Das ist tatsächlich nur eine Momentaufnahme und das wird sich sehr, sehr bald ändern. Komme ich dann gleich noch drauf. Und möglicherweise wirkt sich das dann tatsächlich auch auf den Token-Preis aus. Man könnte also jetzt wirklich mal überlegen, ob man sich jetzt Frax-Shares anschafft und hier bei Frax-Finance dann staked. Wenn man das machen will, dann könnte man den FXS ganz einfach hier bei Frax selber kaufen. Also unter Frax-Swap. Aber der Preis, der ist meistens nicht so besonders gut hier. Besser ist es, den Token bei LamaSwap zu kaufen. Und den Link packe ich auch unten mal in die Videobeschreibung. Die suchen einem quasi den besten Preis auf den verschiedenen DEXs, dezentralisierten Exchanges raus. Und den kann man sich dann auf der rechten Seite hier auch aussuchen. Der Preis, der einem am besten gefällt. Aber die allermeisten Exchanges, wie zum Beispiel Kraken, Binance und so weiter, haben den Token auch im Angebot. Und man sollte also tatsächlich keine Probleme haben, den Token irgendwo aufzutreiben und zu kaufen. Wenn man dann beim Staking mitmachen will, dann geht das eigentlich nur auf Ethereum. Also muss man hier auch so ein bisschen die Gasgebühren mit einkalkulieren. Man muss ja tatsächlich erst swappen, dann staken, später wieder unstaken, vielleicht noch dann wieder zurückswappen, je nachdem. Und Rewards abholen. Da kommt dann schon so einiges zusammen an Gasgebühren. Und nennenswerte Rewards, um das Ganze zu kompensieren, hat man eigentlich bei dieser LPA, die jetzt gilt, auch nicht zu erwarten. Also allzu kleine Beträge lohnen sich da meiner Meinung nach eher nicht. Und ich mache das jetzt hier mal als Beispiel mit 2000 Dollar in den USCC, wobei ich ganz ehrlich gesagt glaube, dass es fast noch ein bisschen zu wenig ist. Und ich mache das jetzt aber für das Video hier trotzdem, damit ich mal zeigen kann, wie das Ganze geht. Also wenn man jetzt nicht so viel investieren will, dann lohnt es sich vielleicht einfach mal zu warten, bis die Blockchain startet. Und sich das alles anzuschauen und dann erst später mal einzusteigen. Wie bei Fraxtail dann die Gebühren sind, das weiß man auch noch nicht. Aber sie werden wahrscheinlich sehr, sehr viel günstiger sein als bei Ethereum. Und wenn man die Tokens dann in seinem Wallet hat, dann kann man die hier staken unter VIFXS. Und VIFXS, das sind Tokens, die man bekommt, wenn man FXS staked. Und die kann man dann erstmal nicht mehr übertragen. Das heißt, man kann sie also auch nicht verkaufen. Man kann sie nicht hin und her schicken. Und das geht erst, wenn die Zeit abgelaufen ist, die man hier eingestellt hat für Staking. Und dann kann man die VIFXS wieder zurücktauschen in FXS. Und die Menge an VIFXS, die geht dabei mit der Zeit runter. Und am Ende der Laufzeit ist das Verhältnis dann 1 zu 1 zum FXS. Und das ermöglicht einem dann die selbe Menge an FXS rauszuholen, wie man am Anfang reingesteckt hat. Und je länger man die FXS staked, desto mehr VIFXS bekommt man. Und davon hängt dann am Ende auch die Airdrop-Menge ab. Und wenn man darüber mehr wissen will, dann gibt es hier auch einen Link zur Doku, wo das alles nochmal beschrieben ist. Also wie der VIFXS genau funktioniert. Also kurz mal, was ist denn jetzt überhaupt bekannt über den Airdrop und was nicht? Also man weiß, dass es darum geht, wie viele VIFXS man hat. Also je mehr und je länger man staked, desto günstiger wirkt sich das Ganze aus. Man weiß auch, dass der Snapshot am 6. März passiert. Es zählt also, wie viele VIFXS man am 6. März, das ist übrigens 2024 hier, dann also gestaked hat. Die Ausschüttung findet aber erst später statt und das kann durchaus auch ganz schön lange dauern. Ein paar Monate oder wahrscheinlich sogar höchstens ein Jahr. Zumindest habe ich das gehört von dem Frex-Gründer in irgendeinem Podcast, dass also spätestens nach einem Jahr die Ausschüttung kommt. Und sehr wahrscheinlich kommt das Ganze schon früher, denke ich zumindest. Aber immerhin, das muss man auch ein bisschen bedenken dabei, dass man also gar nicht weiß, wann man jetzt irgendwas bekommt. Es kann also sein, dass dann auch überhaupt gar kein Bullenmarkt mehr ist und alles eben runtergegangen ist und viel, viel weniger wert ist als heute. Und was man genau bekommt, das weiß man eigentlich auch nicht. Also man bekommt jetzt Frextail-Punkte, das ist klar, aber wofür die gut sind, das ist aktuell noch gar nicht entschieden. Es kann einerseits sein, dass man die jetzt gegen einen möglichen Frextail-Token eintauschen kann, den es jetzt noch gar nicht gibt. Und es kann auch sein, dass es Frex-Shares oder sogar VIFXS werten. Und auch unklar ist, wie viel man je VIFXS, den man gestaked hat, bekommen wird. Es gibt da also noch eine ganze Menge unbekannte Faktoren. Und auch wenn ich glaube, dass sich das Ganze lohnen wird, dann ist es bei mir erstmal nur ein Bauchgefühl. Und es kann sein, dass sich das alles als totaler Quatsch rausstellt. Vielleicht lohnt es sich einfach, dann auf den Start der Blockchain zu warten, diesen einen Air-Drop mal auszulassen und dann mal zu schauen, was da geht und wie das Ganze wirklich funktioniert. Ich selber bin jedenfalls ziemlich bullisch, was diesen Air-Drop angeht. Und das vor allem, weil ich den Frex-Shares-Token aktuell für eine der allerbesten Investitionen im Cryptospace halte. Und warum ist das so? Also warum glaube ich das? Dazu muss ich mal ein bisschen ausholen und erzählen, was bei Frex so los war in den letzten Monaten. Also Frex hat mal angefangen im Jahr 2020 als ein algorithmischer Stablecoin, der fast genauso funktioniert hat wie Terra Luna. Also ein Stablecoin, der durch Frex-Shares gedeckt war. Und wie das bei Terra Luna ausgegangen ist, das wissen wir ja inzwischen alle. Aber damals wusste man das noch gar nicht, dass also Stablecoins, die mit einem eigenen Token gedeckt sind, nur wirklich im Bullenmarkt klappen. Durch Terra Luna hat man das dann ja auch gesehen. Also was damals passiert ist, wenn dieser Token dann plötzlich an Wert verliert und das ganze System dann innerhalb weniger Stunden kollabiert und hunderte Millionen Dollar sich einfach in Luft auflösen. Und jetzt muss man aber dazu sagen, dass das bei Frex gar nicht passiert ist. Aber man hat damals dann einfach aus diesem Beispiel gelernt und beschlossen, dieses ganze Modell komplett abzuschaffen und den Stablecoin zu 100% mit, nennen wir es mal, harten Assets zu decken. Und das können also zum Beispiel Ether sein oder gestakete Ether. Aber vor allem sind das jetzt bei Frex US-Staatsanleihen. Und diese Idee, die ist noch ziemlich neu im Cryptospace und vor allem deshalb so spannend, weil es ja so circa um die 5% Zinsen gibt zurzeit. Und das ist eine ziemlich einträgliche Einnahmequelle. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Frex insgesamt 800 Millionen US-Dollar an Anlagevermögen hat. Und damals hat man dann in einem Governance Voting beschlossen, dass erstmal alle Gewinne, die Frex macht, ausschließlich in die Deckung des Stablecoins fließen und gar nichts mehr ausgeschüttet wird, bis dieses Ziel von einer 100%igen Deckung erreicht ist. Und seitdem ist die APR der Frex-Shares dann auch so niedrig. Und vor allem auch der Kurs der Frex-Shares hat unter dem ganzen Vorgang ziemlich gelitten. Vor allem, wenn man jetzt mal vergleicht, wie andere Tokens im Bullenmarkt aktuell performt haben. Weil nämlich die Rückkäufe, die damals dauernd passiert sind, ausgesetzt wurden. Vorher wurden nämlich Frex-Shares auf dem Markt gekauft, von den Gewinnen, die Frex erwirtschaftet hat. Und das hat den Kurs dann positiv beeinflusst. Und seit dem Voting im letzten Februar ist das überhaupt gar nicht mehr passiert. Inzwischen hat Frex aber nicht nur den Stablecoin als Einnahmequelle. Vor allem ist da das Ethereum-Staking mit dem Frex-Eath dazugekommen. Und natürlich auch weitere Einnahmen durch die Zinserhöhungen der US-Notenbank. Und dann gibt es hier bei Frex auch noch einen Swap und einen Landingmarkt und eine ganze Reihe anderer Produkte, wie man hier auf der linken Seite sehen kann. Und zusätzlich ist Frex auch sehr stark involviert in das Curve-Ökosystem und hat Einnahmen als Liquiditätsprovider aus Pools, unter anderem indem es den PayPal-Stablecoin mit Liquidität zum Swappen versorgt. Alles in allem hat Frex aktuell immerhin etwa 700.000 Dollar an Gewinn im Monat. Und die CR, also die Besicherungsrate, ist inzwischen ganz nah an der 100%-Marke. Die steht aktuell bei über 97% und ist in den letzten drei Monaten von 94% hochgegangen. Bei dem Tempo ist Frex jetzt ungefähr in den nächsten ein bis zwei, spätestens aber drei Monaten so weit, dass sie bei 100% sind. Und dann werden die Token-Rückkäufe wieder aufgenommen oder es kommt ein ganz neuer Gewinnverteilungsmechanismus, der aber auf jeden Fall was mit den Frex-Shares zu tun haben wird. Es ist also jetzt die einmalige Gelegenheit, vorher nochmal Frex-Shares zu kaufen. Und wenn ich mir den Kursverlauf hier ansehe, dann ist das meiner Meinung nach tatsächlich noch überhaupt gar nicht eingepreist. Das hat fast gar keiner richtig auf dem Schirm. Man kann sich das übrigens auch alles selber nochmal anschauen, hier unter Frex-Facts. Und wenn man da im Abschnitt über den Stablecoin nachschaut, also hier oben unter Frex, dann sieht man hier in der Bilanz ganz unten die aktuelle CR, also die Collateralization Ratio. Schwieriges Wort. Wenn die auf 100% klettert, dann ist diese ganze Durststrecke endlich vorbei. Und das dauert dann sicherlich auch nochmal was, bis im Governance-Forum über die Verteilung entschieden wurde. Und dann kann es auch noch sein, bis das Ganze dann wirklich losgeht und umgesetzt wird, dass nochmal ein bisschen Zeit vergeht. Aber bei allem, was Frex so für sich am Laufen hat, ich finde, dass Frex eines der ganz wenigen Projekte ist, mit einer langfristigen Vision und mit einer unglaublichen Transparenz und mit Produkten, die wirklich nachhaltig Gewinne abwerfen. Und gleichzeitig haben sie es auch geschafft, Real-World Assets gewinnbringend zu integrieren, zumindest jetzt in den letzten Monaten mit den Frex Bonds und den S-Frax. Und dazu mache ich sicherlich bald auch mal ein Video. Das ist schon längst überfällig, auf jeden Fall. Aber es ist vielleicht nicht wirklich so ein richtiges Bullenmarkt-Thema, weil es geht hier um Stablecoin-Einlagen um die 5%, aber immerhin gedeckt durch US-Staatsanleihen. und das ist vielleicht was für später, mal schauen. So, das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Bis bald, alles Gute, tschüss.